Kamera läuft, dann darf ich also. Ton passt vom Pegel her, hat ja auch ein Profi eingerichtet. Hallo Olaf, jetzt hast du ganz viel zu schneiden. Das erste Mal bin ich dem Kanal begegnet bei der Aufnahme meines Adventsimpulses, den ich jedes Jahr als einer der deutschen Bischöfe in der Adventszeit versende, um Menschen auf Weihnachten vorzubereiten. Da habe ich ganz gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dem SAEK. Der SAEK bedeutete in meiner Jugend für mich einfach eine geile Zeit zu haben, Medien selbst zu machen mit meinen Freunden und tolle Leute kennenzulernen und mit denen Interviews zu machen. Und mittlerweile, wo ich in der Pädagogik gelandet bin, ist es die Adresse für Medienkompetenz und Medienpädagogik. Der SAEK ist für mich ein professionelles Team in puncto Technikausstattung und natürlich auch der pädagogischen Begleitung der Gruppen. Die Zeit beim SAEK Görlitz war für mich eine unglaublich bereichernde Zeit. Ich konnte mich sowohl im Radiobereich als auch im Videobereich ausprobieren. Ich war vor den Kulissen tätig und hinter den Kulissen und es war einfach schön zu sehen, wie sehr einen das Team dabei unterstützt, die Idee, die man im Kopf schon entwickelt hat, wirklich in die Realität umzusetzen. Es gab keine Grenzen, man hat es einfach gemacht und das Ergebnis war immer richtig gut. SAEK Görlitz bedeutet für mich, eine sinnvolle, abwechslungsreiche, gesellschaftlich relevante und unterhaltsame Tätigkeit zusammen mit einem phänomenalen Team auszuüben. Das Team des Görlitzer SAEK macht eine super Arbeit. Wir haben mit Schülern in der Hochschule gearbeitet und haben Wissenschaft zum Anfassen gemacht, gefilmt, dokumentiert und danach bearbeitet. Das hat allen Beteiligten, sowohl den Schülern als auch den Hochschulmitarbeitern, total viel Spaß gemacht. Der SAEK Görlitz hat die Grundlagen für meine berufliche Zukunft gelegt. Für unser Gymnasium in Herrnoth ist der SAEK seit vielen Jahren bereits ein verlässlicher Partner. Das fächerverbindende Medienprojekt ist durch diese professionelle Unterstützung in jedem Schuljahr ein Höhepunkt. Im Zeitalter der sogenannten Lügenpresse ist es ganz wichtig, dass die Wahrheit gesagt wird, die Wahrheit auch in Bildern gezeigt wird. Und dazu trägt der SAEK gerade hier in Görlitz, was ich mitbekommen habe, entscheidend bei. Liebes SAEK-Team, ihr seid ein super Projektpartner, egal ob in der Stadtentwicklung oder im Mentoring-Programm. Olaf ist ein toller Mentor, hat schon vielen Mentis ganz viele Impulse für ihre zukünftigen Berufe gegeben. Mit euch zu arbeiten macht einfach Spaß. Ich bin begeistert von euren Ideen und ganz nebenbei habe ich auch noch eine ganze Menge gelernt. Moin, Moin, hier ist Martin, der Märchenerzähler aus Rostock. Was war der SAEK Görlitz für mich? Na, für mich war es ein wunderbares Kapitel in meinem Leben. Das SAEK unterstützt unsere Medienarbeit jährlich mit den vierten Klassen und führt unsere Projekte der Klassen 4 durch. Und ebenfalls wurden auch schon Schilfveranstaltungen mit den Kollegen durchgeführt. Ich war zwei Jahre lang im SAEK Görlitz Volontär, bin dort Medienpädagoge und Cross-Media-Journalist geworden. Nach meinem Studium war das der perfekte Einstieg ins Berufsleben. Und es war sehr, sehr spannend, Vollzeitarbeit zu haben und jeden Tag an der Basis Bildungsarbeit zu leisten und Gruppen anzuleiten. Der SAEK war für mich der größte Austobe- und Experimentierraum für Medien. Den SAEK und die Euroakademie Görlitz verbindet eine langjährige und innovative Zusammenarbeit. Unsere Schüler der Fachschule angehender Erzieher erfahren in innovativen Projekten, was Medienkompetenz ausmacht. Dafür unser großes Dankeschön. Ja, der SAEK, der SAEK, also der sächsische Ausbildungs- und Erholungskanal hier in Görlitz hat mir in der Vergangenheit viel Medienkompetenz vermittelt und gibt mir aktuell neben meinem Beruf die Möglichkeit, mich mit meinen Video- und Audioprojekten frei zu entfalten. Abraham Lincoln prägte den Spruch, ihr helft den Menschen auf Dauer nicht, wenn ihr für sie tut, was sie selber für sich tun können. Daher SAEK, hier wird sie geholfen. Herzlichen Dank, dass Sie die Schüler anleiten, zu tun, was sie selber tun können. Herzlichen Glückwunsch! Das SAEK Görlitz war für mich stets wie eine große Familie. Mit neun habe ich hier bei den Görlitzer Quasselstrippen angefangen und komme auch heute immer noch gern zurück. Das SAEK!